Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Target Together mit der Chico. Ja, mit dem Simon. Wee. Yay. So, wir haben zu Ende gefehlt. Vor allem ich. Alles wieder gut heute. So hoffe ich. Sie war's. Ja, ich war's. Egal. War ja nur zwei Folgen. Und war jetzt mit Glück nicht so viel passiert. Ja. So, wir haben ja schon ein bisschen umgebaut hier. Ein bisschen hinter Boden rein, ein bisschen Licht in die Bude. Ja. Und jetzt wollen wir endlich mal mit den Maschinen weitermachen, verdammt. Ich tu mal geschventiertes nerviges Geräusch. Eliminieren. Dankeschön. Aber ist irgendwo noch ein nerviges Geräusch. Ist grad dunkel? Bestimmt auf dem da. Ja, nee. Nicht wirklich. Ähm, hatten wir nicht, wollten wir nicht. Und behaupt, die, ähm, Dinge, zwei Netherbricks besorgen für den Magma Crucibidee. Ah, da, da guck mal hier. Wer hat das gemacht? Nein. Wer ist, ist qualvoll im Nether gestorben? Wir beide. Achso. Ja, stimmt. Du warst mit von der Partie. Ja. Tatsächlich. Ah, je, ich muss hier erstmal ein bisschen all mein Inventory bereinigen. Ich hab hier noch voll. Ich brauch mal kurz hier die Maschinen umräumen. Irgendwie hab ich heute so leichte. Was war denn wo hier links, rechts? Rechts ist der Pulverizer und links ist die Före. Die ich grad mit Pulverchen fülle. Alles klar. Nur damit ich weiß, was ich zerpulvere. Kann ich genau Schilder dran machen. Wieso laufen die nicht? Sind die schon wieder leer? Ja, die sind schon wieder leer. Kann sein. Na dann. Da war grad zumindest noch genug Energie drin. Ja, alles klar. So. Ja, halt. Nein. Irgendwie hab ich so das Gefühl, das leckt heute. Bei mir nicht. Echt? Der Server ist es nicht, oder? Ja, ja, nee, natürlich nicht. Man erkennt daran, ob der Server leckt. Wenn man Kisten aufmacht und dann eine Verzögerung drin ist, dann leckt der Server. Ah ja, und wenn keine Verzögerung ist, dann leckt er. Ja, dann ist bei dir das Problem. Dann leck ich. Alles klar. Ich hab ja genug Erfahrung mit meinem Server. Ja. Äh, ja. Alles klar. Ach, genau, wir hatten herausgefunden, dass es einen neuen Project Tape gibt und den werden wir jetzt erstmal bauen. Hast du ein Glas? Hm, no. No. Irgendwo muss man noch klar sein. Ey, das hat voll den Delay, jo. Das muss definitiv so was sein. Nein, auf keinen Fall. Okay. Genau, was kriegen wir jetzt? Sie haben wir im Gesandt. Ich suche gerade, im Gesandt haben, haben wir aber auch keinen mehr. Dann geh ich mal. Warte, dann mach ich mal eben ein bisschen. Wir haben eine Koppel, doch. Ach, da, hier. Okay, gut. Gut, dann frag ich mal eben ein bisschen Koppelstunden-Pulvereiser. Ach so, dann kriegst du auch direkt Sand, gell? Ja, genau. Ja, dann bin ich einfach, dann bleibe ich hier. Und ich baue. Hm, was baue ich denn? Du baust. Was baust du denn? Was brauchen wir denn als nächstes? Als nächstes brauchen wir, warte mal den Magma Crucible, baue ich jetzt gerade. Was kannst du denn so machen? Du kannst den Liquid Transposer machen. Liquid Transposer. Liquid Transposer. Liquid Wisher. Liquid. Queer. Liquid. Liquid. Transi. Posey. Oh, geil. Hier brauche ich eine Redstone. Und eine Kopperingot. Und ich brauche ja auch Glas. Und eine Maschinenframe. Haben wir noch Maschinenframes übrig? Du hast bestimmt mal ganz viele gebaut, einfach weil du nichts zu tun hattest. Natürlich. Ich dachte, du wirst schon ein Project Table bauen. Ja, mache ich doch, aber dafür brauche ich ein Glas. Ach du? Ja, dann mach gleich zwei. Äh, ja, Moment. Haben wir noch einen Sand? Haben wir noch einmal? Ich habe jetzt einen. So, okay, also. Dann Glas, dann Krabber, dann brauche ich dann Gold und Glas. Ich brauche noch mehr Glas. Ich brauche noch viel mehr Glas. Vier Glas und ein Gold. Ich brauche das selber machen, weil wir haben gerade irgendwie keinen Platzmangel. Oh, ich habe jetzt... Gold? Ah. Gold? Gold? Äh, ach ne, eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Hm. Hm. So. Eine Kiste. Da, 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 da. Oh, da hat es ja noch Sand drin. Sag das doch. Ja, die ist ja gerade gemacht. Ja. Ah, die ist frisch gemacht, das Sand. Ganz frisch. So, wie geht das gleich? Holz? Ach, im Ding ist auch noch so. Juh, 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 juh. So und so. Juhu. Komm, du sagst mir, dass du jetzt noch ein Glas übrig hast. Nein. Mähn. Mach's. Das sage ich nicht. Alles meins. Wo landet das denn, Glas? Das denn, Glas? Hier, zwei, vier. Auch vier Stück, sechs Stück brauche ich. Oh, du hast es kaputt gemacht. Es ist toll. Ja. Könnte ich meinen ganzen Scheiß hier reinlegen. Ja. Das Ganze nur noch einer arbeiten auf einmal, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Da wird ja viel, viel größere andere Vorteile. Hä? Ja. Wait. Warum? Oh. Irgendwas geht dir komisch. Ach nee. Oh Gott. Jetzt war ich gerade voll verwirrt. Weil ich habe gerade eine Workbench gemacht, um den zu craften und habe mich gerade gewundert, warum ich wieder eine Workbench in der Hand habe. Aber da stand ja vorher eine. Ja. Weil du ja so geschickt hast. Kann man das irgendwie auf einmal leeren, das Project Innere Bereichstable? Nee. Das nicht. Brauche ich nochmal zwei Glas. Mähm. So, was brauche ich denn alles für meine Magma? Was war hier noch? Hier Liquid? Ach doch, was. Wie lasst du den Ding jetzt raus? Aber du könntest den normalen einfach daneben stellen. Dann kann man immer so sein Staffzeug noch machen. Weil das ist doch immer so ein bisschen... So. Weil dann hat man schon was drinliegen und genau das eine Teil, was man noch braucht... Muss man auch noch craften. Muss man noch craften. Was in der Pocket Braving-Table hier nicht gibt, ist es nicht sehr praktisch so. Okay, jetzt... Ah, jetzt habe ich bestimmt wieder das Falsche gebaut. Nein, habe ich nicht. Habe ich? Habe ich nicht. So. Was brauche ich noch? Glas und Kopper. Glas, Kopper hast du da schon drin. Kopper, jetzt brauche ich noch zwei Glas. Yay, yay, yay. Ich habe meinen fertig. Das ist gut. Passiv, das wäre gerade mal ein Glas-Kopper. Ich glaube, wir brauchen mal... Ähm... Ein extra Ofen. Oh, Kartoffeln. Ah, Liquid Transposer. Willst du dich denn hinklatschen? Ganz ans Schluss? Ähm, nee, äh, tu den, tu den. Äh, warte. Da hin. Ich überlege gerade Transposer, der muss... Die auf den Kopf? Nach unten. Nein? Ja, genau, hier hin. Da. Ja. Alles klar. Gut. Grazie. Oh, no problemo. Aber noch nicht anschließen. Sonst schauen wir den anderen beiden gerade Strom. Das wäre ein bisschen blöd. Oh, so, jojo. Jojo, jojo, jojo. Wir brauchen doch eh noch hier. Oh, dann, ich glaube, ich gehe mal... Lass mal kurz ins Bettchen legen, dann gehe ich gleich mal Sand holen. Ja, vielleicht hat's dann auf zu regnen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich nicht. Nee, doch. Meistens, wenn man sich hinlegt nachts und dann am Tag ist dann der Regen beendet. Müsste länger. Beenden. Maybe, äh... I will come in the rain. Übrigens, das Quarz, was wir jetzt so haben, ne? Dieses Zertus Quarz. Nicht mehr für Gegenstände benutzen. Wir brauchen das Zeug für ein richtig geiles Lagersystem. Weil ich hab jetzt endlich geguckt, wie dieses blöde Applied-Energistik-Lagersystem geht. Und es ist einfach saukool. Ich weiß. Ich baue es gerade selber. Echt? Ja. Dann haben wir zwei Profis. Ja, Mann. Wenn wir da drüben die Regen hier fertig haben, kannst du mal anfangen, die zu craften, die einzelnen Sachen. Ja, wir brauchen das schon mal. Also, Blit-Hemo hat's denn überhaupt? Bestimmt. Was, Container? Ein Assembly? Ach so, ach scheiße, stimmt. Dafür brauchen wir Diamonds und Redstone. Und oder Gold. Ja. Aber wir haben bestimmt noch Diamonds hier Stück und wir können ja auch Gold in... Oder? Gibt's hier ein Minion? Ja, hier gibt's Scherben. Ja, haben wir den schon gemacht, Minion? Oh, weiß ich nicht. Maybe. Nee, den nicht. Ach nee, den wollten wir machen. Aber irgendwie... Genau, wir waren noch auf Herzenjagd, oder? Ach nee, wir haben den mal gemacht, aber wo ist... Ach, hier ist er noch drin. Ah, da ist er, ja. Ich tu den Project Table. Yay, 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 cool. Okay. Und was mache ich jetzt? Ach, ich wollte Sand holen. Ich könnte ja wirklich schon mal damit anfangen. Ja, ich fang damit an. Aber eher eine Menge für. Oh ja, Obsidian, haben wir schon Obsidian. Kannst du dir auch sonst aus Holzstämmen herstellen? Boah, das mache ich, glaube ich, jetzt auch so faul, wie ich bin. Da braucht man auch ziemlich viel, glaube ich, für den. So, wo haben wir denn Holz? Da ist noch Holz. Hatte ich hier gerade noch Holz? Ja, wir haben noch ganz viel hinten drin. Obsidian, wie viel macht man denn? Zwei, vier, sechs. Aber ich finde das irgendwie, auf der neuen Version kannst du nicht mehr so schnell klicken, dass du also so ganz viel schnell hintereinander rausnehmen kannst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Probier mal. War nicht so aufgefallen. So, Obsidian, so schnell, so was weiß ich, fünf Stück rauszunehmen oder sowas? Hm, ist bei mir irgendwie so wie immer. Ich weiß nicht, wie schnell du klickst. Schneller, auf jeden Fall. Keine Ahnung, gefühlt, was weiß ich. Am Arm ein Diamond. A Diamond? Ich vertue die einfach alle, oder? Hast du nichts dagegen? Brauchen wir ja gerade nicht mehr, wirklich. Vor allem, wofür sind wir uns aufspann? Das ist doch für Sachen verkraftet, die wir auch brauchen. Ja, genau. Asasampli. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, ob oben rum oder unten. Oh nein, ich brauche auch schon mal ein Diamond Gear. Du brauchst ja genau richtig viel für den Assembly Table und für die Laser brauchst du jeweils zwei. Ja, stimmt. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall ein bisschen. Dann glaube ich fünf für das Table und jeweils zwei für die Linge. Oh, wie mache ich denn das dann jetzt hier? Da müsste eigentlich schon relativ viel Gold durchgelaufen sein. Ja, 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 aber das ist noch nicht neu pulverisiert. Also so, doch. So, dann sag ich mir, man soll schneller arbeiten. Ja, 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 ja. So, ich brauche eh noch für... Oh, das funktioniert gar nicht mehr. Das ist ja doof. Was? Dass man das in der oberen, in dem Broodjet-Bench sortiert. So. Also so, was weiß ich. Sortiert? Ja, dass das sich so verteilt aufs Gleiche. Was ja egal ist, weil du es ja unten drin hast. Aber naja, egal. Okay. Habe ich noch Sticks? Ja, habe ich. Ein Wooden Gear. Irgendwo hatte ich doch noch Cobblestone. Lege ich ein bisschen auch da rein. Jo. Ein Stone Gear. Ein Gold Gear. Nein. Ein Iron Gear war dazwischen drin noch. Mhm. So. Und dann war es goldene... Jetzt haben wir kein Gold mehr. Na, na, na. Und dann noch ein Diamond. Perfekt. Boah, krass. Es reicht gerade ganz genau so. Ach so. Jawohl. Für einen Assembly Table und einen Laser. Boah, eh wie viele Teile. Egal. Ja. Ich muss eh noch die Energy Cell machen, damit die vernünftig mit Strom versorgt werden. Was war da oben drauf? Noch ein Ready Stoney. So. Perfekt. Ja. Ja, ja, ja. Definitiv. Wie war das hier? Ne, zwei Diamanten waren es beim Laser. Und wo ist mein Redstone? Ja, ja, hier. So. Tschi-ching. Müssen wir bloß noch einen Platz dafür finden? Oder willst du den auch einfach so hier an die Wand klatschen? Äh, ne, warte. Ich, äh... Irgendwie schön irgendwo hin. Ja. Der Nether-Rack trug mal... Ich komm mal, ich weine. Ja, ja. Du, du, du. Mal. Du gesteht. Kennst du das? Was? Gibt's das für euch? Du gesteht? Was denn? Nö. Gibt's nicht? Nö. Yay. Das heißt so viel wie mach langsam. Oh man. Oder chill. Ja, stress nicht. Bei uns heißt es einfach chill mal. Oh man, chill mal is you. Na ja, sagt bei uns wahrscheinlich auch nicht mehr jeder, aber... So, was mach ich jetzt so hier? Bin noch schon da. Achso, bist schon da. Mhm. Wir brauchen noch, ähm, eine Sache brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Den, den, ähm, Diggins, ähm, Induction Smelter, den brauchen wir noch als letztes und dann können wir die Energy Cell machen. Stimmt. So. So. Induction Smelter, stimmt. Und der braucht auch ein Gold und ein, oh ja, wir haben kein Gold mehr. Tschüssi. Ah. Ja. Doch, 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 es läuft gerade durch. Perfekt. Wunderbar. Perfekt, fecht, fecht. So, wir haben mal ein bisschen Reddy Stone. So, da machen wir aber gar nicht so viel und dann brauche ich noch, noch mal einen Eimer. Oh, das Ivar Ingrid. Wo kriegen wir denn das her wieder? Achso, Invar, äh, kriegen wir aus... Iron und Ferris. Genau. Iron, haben wir noch? Haben wir schon fertig? Ne, wahrscheinlich nicht. Das müsste wahrscheinlich hier in der Kiste sein. Ja, guck mal hier oben in den Hopper. Rebe, wir haben schon. Da sind, ähm, Ferris und... Ah, du brauchst das Pulver dazu zum Craften, die beiden? Nö, ist egal, glaube ich. Achso, ne, stimmt, ja. Ne, ist nicht egal. Leider. Iron haben wir... Musst du noch mal... Haben wir noch hier drin? Ein bisschen pulverisieren. Naja. Oh, da ist hier was drin? Iren, so. Ne, da muss noch was drin ist. Ich hab, äh... Ja, ich hab hier... Drei rausgenommen gehabt, zwei Invar. Äh, zwei. Ferris. Jupp, jupp, jupp. Passt. Und, und, und. Achso, ne, wo kommt das Iron raus? Hier wieder, gell? Dann kann man nicht mal das Gold wieder darüber schaufen. Können wir eigentlich direkt da reinschaufeln, oder? Wir brauchen ja eh nicht so. Naja, egal. Achso, du hast noch mal Ferris gemacht? Ne, das ist nur neu. Achso. Achso, das lief da noch drin. Mhm. Jetzt hat. Pulverisier, das heißt Sky Metal. Das sieht ja auch lustig aus. Ah. Ich weiß gar nicht, kommen da zwei raus, oder eins? Ne, da kommt sogar drei raus. Oh, das ist ja cool. In dem Fall, machen wir das doch direkt. Na, 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 na. Und fertig. Halt ich grad noch Eisen? Im, im Dingtable liegt. Ach ja, stimmt, da hab ich nicht getan. Soweit ich weiß. Ey, was mach ich hier so? Äh, hast du mir das Eve geklaut? Das Eve war in gut? Nö, das hab ich nicht geklaut. Oh, die Eve. Im Olympe. Bin unschuldig. Oh, ja, das sind sie. So. Dann nicht mal Wondersinn. Ups, nein. Da, da, da. Oh nein, ich brauch noch so eine Dingframe. So eine Maschinenframe. Guck mal, links in den Öfen, da ist Glas drin. Links. Ähm, von mir aus links. Anderes links. Ah, perfekt. Ja. Cool, ja, okay. Das hätte aber auch, ah ne, hätte nicht gereicht. Perfekt, perfekt, perfekt. Ach, müsste ich aber noch einen Eimer? Nein. Doch. Yay. So. Okay, dann, 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 dann das hier. Oh, kannst du mir auch noch einen Eimer mitmachen? So. Moment, ich muss das Ding hier zu Ende craften? Jojo, crafte. Äh, wo ist denn jetzt mein Kupferhain? Ach, scheiße hier, Mann. So, ich glaub. Und jetzt noch einen Eimer. Aber jetzt könnte ich dir auch einen Eimer machen, wenn du willst. Nee, ich hab schon einen Eimer. Brauchst du noch einen Eimer? Hm, nee. Okay. Just in diesem Moment hab ich's auch. So, unser Induction-Smilter. Weißt du was, ich baue uns einfach einen zweiten Project-Table, das knitzst du blöd hier. Ja. Stimmt. Eigentlich, gell. Dann hast du nachher nur das Problem, dass du das eine Eimer mit dem anderen drin hast, aber egal. Das ist nicht so wichtig. Egal, ob das bleibt drin liegen, wenn ich's mal nicht brauche. Ja, ja, ja. So, wo tun wir denn Induction-Smilter hin? Auf die andere Seite? Zum anderen Smilter? Ja. So, ist vielleicht noch eine Kiste dazwischen rein oder direkt hin? Äh, nö, nö, einfach hier direkt hin stellen. Den bauen wir nicht so oft. Okay. Aber wir könnten ja langsam mal die Energie trotzdem verbinden, oder? Äh, noch nicht. Noch nicht? Weil das Problem ist, die laufen automatisch voll. Das heißt, die klauen den anderen beiden, die jetzt gerade wirklich am Werkeln sind, den Strom. Ja, aber nachher haben die dann schon Strom und wir haben vollgechillt. Legen die gleich los. Irgendwie ist mein Spiel grad abgeschmiert. Oh no. Glaube ich. Jetzt hab ich Standbild. Oh yeah. Wisch auf jeden Fall noch voll am Start. Hier. Die Chico ist weg. Na 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 na. Oh, da bin ich wieder. Oh yeah. Sweet. Äh, ein Glas und das war's. Oh, das hat sich gereimt. Yay. So. Sweet. Haben wir noch was zu futtern. Bestimmt. Hab ich schon selber voll im Inventar. Wunderbar. Du bist doch hier bestimmt so eh mit Kartoffeln voll. Nur ein paar hab ich. Oh. Nicht mal so viele. Okay. So, jetzt muss ich direkt mal umschlucken hier. Zuck, zuck, zuck. So, können wir eigentlich gleich schon Redstone reinhauen. Achso, ne, der ist ja noch nicht angeschlossen. Wir müssen jetzt erstmal verbinden und dann. Wir haben doch irgendwo noch Pipes gehabt, oder? Hier, Stone Conductive Pipe. Liegen da hinten auch drin, gell? Oh, wir haben bloß noch eine. Näh. Egal. Dann machen wir halt noch welche. Ja. 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 Wollt schon mal einen Redstone? Haben wir noch Stone hier? Ja, haben wir noch. Äh, Redstone da. Wie war's? Glas außen? Ne, andersrum, gell? Ne. Ah, so, ne, wir nehmen Stone, gell? Du hast Stone gemacht. Mhm. Dann muss ich die nochmal in den Ofen hauen. Cobblestone geht nämlich gar nicht. Doch, du kannst auch Cobblestone, oder? Conductive? Nicht, nein. Achso. Nur Stone. Ah. Nur Stone Conductive. Ja. Okay. Alles klar. Echt? Cobblestone sind zu schwach dafür. Komm, du. So, dann. Ach ja, der ist wieder. Wow. Alter, bei dir geht's ja ab. Ja. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um mal eben das Fenster-Stone zu machen, oder? Close the window. So. Mensch. Stone Transport Pipe. Ja, ich brauch zwei Stones. Okay. Ich glaub, da kriegt man eh 8 draus, gell? Ja. Ja, ja, ja. Hier. Ja, ja, ja. Okay, so. Ähm. Tap, tap, tap. Das Zeug steht. Wunderbar. So. Was ist da? Der Energiemann kommt. Welch man war gestern. So. Und hinten. Achso, denn soll ich noch lassen, hast du gesagt, gell? Nee, die kannst du direkt immer da mit dran schmeißen jetzt. Jetzt macht's auch keinen Unterschied. Jo. Hast du nochmal kurz hier rein? Ja. Ja, ja, ja. Ja, und jetzt, wo willst du dein Assembly-Table hin? Ach ja, genau. So ganz doof dahin, eigentlich könnte man dann, ja, am Anfang ist es wahrscheinlich egal, aber. Ich glaube, ich würde, wenn du mal hier hin... Hier an die Wand und da auf den Boden. Der Assembly-Table hier hin. Raff. Und, ähm, warte. Hier. Ja, noch, warte, eben ein Pufferchen. Also, da vorne drauf, den Laser. Ah, Pufferchen. Genau, damit wir hinten das Kabel dran tun können, Mäuse. Ah, das kannst du auch von der Seite belegen. Bin auch wieder. Äh, Waintrain. Ja. Macht ihr das von oben überhaupt so? Ich weiß es gar nicht, so direkt. Buh, buh, buh. Ah, ja. Anfass hinten. So, achso, nee, ja, doch, so müsste es gehen, gell? Jo. Jo. So, jetzt müssen wir was für die Energy Cell machen, weil sonst... ...packt ihr vor sich hin eine kleine Laser. Ähm, was wollt ihr jetzt genau? Oh, der braucht halt ein bisschen. Ich meine, der kann ja ruhig schon mal anfangen. Aber es ist nicht so effizient, wenn er nur auf rot läuft. Ah, alles klar. Weißt du, so Effizienz und so? So Effizienz, krass. Wieso macht er das nicht? So. Redstone Diamond Chipset. Lied, haben wir schon Lied? Macht er das jetzt? Nope, er don't work it so. Ist doch, er ist schon mal angeschlossen. Hm. Ich glaub, wir müssen doch eins zurücksetzen, dass es blickt, weil... Nö, der hat einfach zu wenig Strom. Na, bei mir läuft der auch so, lief der. Mit anderen Maschinen, die auch noch... Mit vier anderen Maschinen, die gleichzeitig laufen. Hm. Und nur drei kleinen Sturring Engines. Ja. Nein. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, ja. Doch. Da kommt einfach nicht genug Zeug rein. Alles klar. Sobald er ein bisschen Energie gesammelt hat, macht es der mal kurz Bzzz. Dann hört er wieder auf. Und damit wieder Energie, bis er wieder Bzzz macht. Ja, das ist klar. Wir werden es beobachten. Ja gut, okay. Ist ja auch egal. Dann bauen wir jetzt eine Conductive... Wie heißt es? Conduit? Condu, Condu, Frame, whatever? Con? Äh, Energy Cell. Ach so. Verdammt. Äh. So, ich brauche... Du brauchst Hardened Glas für das komische Ding, gell? Hm? Hardened. Wollte ich nicht. Exakt. Und schon wieder ein Diamond. Moment. So langsam geht uns das Gold aus, glaube ich, dafür. Ja. Oh, ich habe noch ganz viel Gold. Hier, voll, voll im Ding. Ja. Ja. Ein ganzes Deck hier. Unsere Mining-Tour war verfolgreich. Verfolgreich? Verfolgreich, ja. Extrem. Wunderbar. So, jetzt brauche ich Silber. So. Okay. Ähm, 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 ähm. So. Oh, dieses Elektrikum, wie war das? Wie kriege ich das hier? War ja gerade schon. Ich, ich mache... Ah, okay. Alles klar, wenn du das schon machst, dann... Hardened Glas. Das war... Oh, Pulverized Obsidian. Okay, nochmal mal... Ey, Pulverizier mal hier. Ähm, ne. Hier, Stück bitte. Äh, wo war'n der? Wo ist denn der Pulverizer? Hier. Hier. Das da. Nein. Nein, hier. Oh Gott. Ah, oh Gott. Mein Gott, ich mache Schilder dran. Ich mache jetzt Schilder dran. Nein, nein, nein. Doch. Hm, okay. Mensch. Mensch. Ja, okay. Ähm. Ähm, ähm. Und dann brauchen wir noch Lead. Und das war... Lead Oral. Erz. Haben wir, haben wir noch? Haben wir das oben drin schon? Ja, das ist schon drin. Alles klar. Dann tun wir das auch. Die ist ja wohl, doch voll ungeschickt zum Anklicken. Dein Pech. Den musst du nicht merken, kannst. Ja. So, Elektrum Blend. Boa, Pulver, das heißt Obsidian. Sieht ja voll knuffig aus hier. Und dann war das... War das einfach geschmolzen zusammen. Mit Lead? 2 zu 1. Gibt zwei Dinge. Hm? Immer. Smelter hier. 2 zu 1. Ja. Lead, Lead, Lead. Ah. Jo. Noch nicht. Wir haben irgendwie nicht genug. Warte, ich mache das Lead, das mache ich jetzt mal. Habe ich doch. Ja, aber... Achso, du hast schon ein fertiges Lied. Ja, nein, halt pulverisiert, aber das kannst du auch pulver... Jetzt siehst du, das mache ich mal... Nein, das kannst du pulverisiert nehmen. Du kannst... Du brauchst nicht. Da musst du es trotzdem brennen, oder nicht? Nein, 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 nein. Hä? Kannst du Beis reintun. Irgendwie so. Hier, funktioniert. Guck, siehst du. Macht. Funktioniert voll. Brauchen wir bloß noch Obsidian mehr als genügend. Boah, ich packe jetzt einfach das Gold, packe ich mal in die Öfen hier rein. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist Schicht im Schacht. Ganz genau. Wie liegen wir denn in der Zeit? Oh, bei 24 Minuten. Ja, klar, in dem Fall. Würde ich mal sagen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.